Hallo, ich bin Lia Vollmos, komme aus Luzern und ich habe meine Maturarbeit über einen Offizier gemacht. Und wieso das genau so spannend ist, das erkläre ich euch jetzt. Ich habe mich mit einem Major im Generalstab namens Max Weibel befasst. Er hat durch die Operation Sunrise geheime Verhandlungen zwischen den Alliierten und den Deutschen herbeigeführt und somit den Zweiten Weltkrieg in Italien verkürzt und Tausende von Menschenleben gerettet. Ich wollte jedoch nicht nur die Geschichte analysieren, sondern mich tiefer mit den Beweggründen von Max Weibel befassen. Somit habe ich Max Weibel und seine Rolle in der Operation Sunrise mit dem Begriff der Zivilcourage verknüpfen und habe mir somit die Frage gestellt, ob Max Weibel als Hauptperson in der Operation Sunrise als Vorbild für die Zivilcourage taugt. Ich wollte jedoch meine Erkenntnisse mit einem grösseren Publikum teilen. Deswegen habe ich mir mein Handy geschnappt und einen 30-minütigen Dokumentarfilm gedreht. Denn für mich ist die Zivilcourage in einer humanitären Gesellschaft, auch nicht in Krisenzeiten, von hoher Relevanz.